Ich habe Dendabheim ausgewählt, unter mehreren Kandidaten, weil mich das am meisten überzeugt hat, das Konzept. Dann habe ich mir gedacht, ich verbinde Zähne mit Urlaub und habe meinen Anschluss nicht bereut, zu Dendabheim zu gehen. Also ich werde auch jedes Jahr jetzt herkommen, die ganze Kontrolle hier machen, lasst nichts mehr in Deutschland machen. Nur noch hier in Bulgarien bei Dendabheim. Untertitelung des ZDF, 2020